Guten Tag und Willkommen zu einer neuen Folge Alice 15. Ja, mit dem letzten Part die erste Kartoffel angeseht, wie man hier sieht. Sehr schön. Und wenn ihr diese Parten erfolgt, heute kommt anders im Morgen. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Wenn ihr diesen Parten seht, habe ich vielleicht schon meinen neuen Rechner. Aber ich weiß noch nicht. Vielleicht. Ich werde euch noch auf jeden Fall morgen stellen. Morgen ist Montag. Kurze Info. Bei mir jetzt. Nicht bei euch. Bei euch müsste jetzt... Mittwoch sein. Da kommt mein Bildschirm an. Ja. Dann wird es nicht mehr lökken. Lökken. Das freut mich jetzt schon. Schon voll himmelig, ey. Aber ist egal. Dresche ist schon wieder voll. Es geht ja hier rucki zucki. Und ich lage ab der Zeit auch nichts ein hier. Weil ich ja auf neues Entwicklung hinarbeite. Da brauche ich das Geld sofort. Nur auf den Anleger gucken. Äh, auf den Drescher, wann der geleert ist. Weil der... Der Anhänger, der steht da. Scheiße. Das ist ein Riesenfeld. Das, da müssen wir das noch... Äh, da hinten. Das Feld 32. Müssen wir dann noch mal, äh, aber allerdings... Düngen. Ich weiß gar nicht, ob Kartoffeln sich überhaupt so auszahlen. Wegen der Menge und... Weil so teuer... So viel Geld bringen die ja eigentlich gar nicht. Pro Tonne. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Kühe wollt man auch noch holen? Oder ist das eigentlich Geld schieben? Alter, das geht damit so schnell. Ah, heftig. Ah, das war. Ah, das war. Äh, ach voll. Das ist ja schön. Über privaten Spielen habe ich heute aufgegeben, mit diesem Ladewagen zu arbeiten. Da habe ich dann gleich den größten geholt. Aber das bringt ja hier eh nichts, weil, äh, ich, ob der den ziehen kann hier? Außen baue ich ja hier eh mehr Kartoffeln ein. Boah, pfff, kaputt. So. Wie viel ist drin, ne? 120.000. Ist doch schön. Unser kleiner Grubber da. Der macht deine Arbeit. So, kurz, ich war kurz weg mit, äh, der Stimme. Eigentlich, ich fahre ja auch nicht selber. Hat aber schon ordentlich was geschafft. Junge, Junge, Junge. Der ist auch gleich wieder voll. Dann bringe ich den schnell weg. Ganz schön langweilig, oder? Wie würdest du, glaube ich, langweilig sein? Aber so ist halt ein Let's Play. Ich meine auch alles selber. So viel, außer die Helfer. So, tut mir leid. Der ist voll. Drescher. Mach einfach weiter. Ja, mach sogar weiter. Ist gut. Schneller fahr. Ha. Ich dich schön. Ich mich schön. Das, ich, planen rüber. Was ist denn, Sonnen? Also ist es egal. Äh. Komm, zitt, 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 zitt. Der ist auch gleich fertig. Sehr schön. Ich glaube, ich spiele hier nur Abfahrer, ne? Ja, runter. Gras muss ich dann auch noch ernten. Habe ich überhaupt Gras-Sachen? Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Mann, ich weiß gar nichts mehr hier. Aber ich glaube nicht. Weil da kam ein kleiner Anfang. Kleines Schneidwerk vorne und den Ladewagen dahinter. So. Und da ich gerade sehe, dass der Part auch wieder vorbei ist, würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Guck mal unten in die Videobeschreibung, dort das Twitter und Facebook verlinkt. Ein Sendeplan ist auch vorhanden, ist auch unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann morgen im Part. Und bis dann. Tschüüüüüüüüüüüü!